gestellt habe was ist jetzt gar nicht mehr als ich glaube vieles auch gestellt aber wahrscheinlich noch nicht alles mal gucken wo alles auf hoch so oh gleich vor uns mit leiter sehr gut das ging diesmal wirklich schneller ja das fand ich auch wo geht es denn hier rein genau es ist unten irgendwo hier wo ich stehe soll ich schon mal machen ja mach ruhig was weg ist ist weg ja ich muss laufen alter wie bei mir eben was ich habe das rad hier gedreht und jetzt ist hier irgendwie das hier irgendwas aufgegangen wir müssen auch zum nächsten zielen ja genau aber ich kann auch für dich aufmachen nee nee alles gut ich vergesse das immer wieder irgendwie dass wir ja so schnell wie möglich die ziele erreichen müssen das da muss mich noch daran gewöhnen aber geht es gar nicht lang hier bestimmt ja und hier gibt es nun nie oder so ne doch nur eine lampe eine laterne krass das pferd lebt ja noch kleiner unfall sorry doch schon ich hab's nur erlöst das war schon halb tut oh da kommen noch mehr alter jetzt wollen sie es aber wissen hier ja wir haben wir gute arbeit ja ich sag's dir das spritzt nur so aus dir raus so das nächste geheimnis ist hier um die ecke oh nein da ist so eine komische oma mit viechern super die verschwinden dann auch gleich das gefällt mir finde ich auch gut muss man hier irgendwie das tor aufmachen oder hier ist noch mal so ein ding ich drücke es mal okay super doch davon sie werden die andere richtung hier lang genau steht unsere prozentzahl hier irgendwo ne ne das ist ja erst wenn man startet dieses event glaube ich dann wo ist es denn da hinter dem tor und hier durch das kann ich glaube wir kommen durch ich finde jetzt wo ich es hoch gestellt habe sieht es echt gar nicht so schlecht aus es geht ja bis oben ja oder was ist denn jetzt soll man doch messern ne ich messer weg oi sei geplatzt ja schnell ja es ist dann doch nicht so schlecht hier ist es kannst du mal drauf drücken wo wo ist es wo ist es hier oben bei mir ist noch weiter hoch ich komme ja ja da hallo super auch da ist das ziel siehst du jetzt müssen wir da nur noch hin hier gibt es heilung bist du verletzt warte mal bist du schon unten oder ja also hier hier gibt es heilung ah falls du verletzt bist hier gibt es noch mehr so so oh das hat weh getan ja ouch so muss man lang äh okay hier raus und dann ich glaube oh oh da kann man hier rechts rum da hat sie zerlegt ja hier kann man sogar Eisenbahn spielen vielleicht fahren wir damit schneller einfach ja so ja in die Richtung lauf 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 oh ich höre schon wieder welche schießen von rechts oh das ist nicht so gut ah der wird schon die haben ihn auch gefunden hm müssen da schnell hin und die abmeucheln genau jetzt gibt es kleine kugeln im kopf wo sind sie wo sind sie wahrscheinlich gleich hier mit äh scharfschützengewehr werden mal weggeschossen hm oh diese komische saatmutter oder was das ist da die hat mich da irgendwie angegammelt hat sie sich ein bisschen aufgehalten hm ja ich bin einfach hier vorbeigerannt lass hier hin siehst du sie? oh ja da gegenüber ist einer ja aua der hat es mir richtig gegeben ne ja ja mich ja du kannst mich ja wieder beleben Gott sei Dank he he war gut dass ich hinter der Mauer gefallen bin oh hm jetzt schmeißt der hier einfach Molotow Cocktail ich brenne noch noch kannst du mich retten nicht wirklich da ist Kontain hat drüber gerannt da ist er oh oh da habe ich ihn erwischt wo ist er? der ist Sack oh jetzt brenne ich fett wir sind beide sehr gut ja wir sind beide sehr gut getötet von x Jorisla Stufe 1 ja ich auch getötet durch Brandbombe 20 Meter Entfernung ok tsch tsch tsch